Audio Post. Geklickt. Gehört. Ein Backofen, der sich per Sprachbefehl öffnet. Oder eine Waschmaschine, die per App mit dem Trockner kommuniziert. Smarte Haushaltsgeräte liegen voll im Trend. Viele von ihnen können Nutzer per App miteinander vernetzen. Das hört sich praktisch an, Datenschützer allerdings warnen davor. Smarte Haushaltsgeräte sind oft anfälliger für Datendiebstahl als zum Beispiel Sprachassistenten wie Alexa und Co. Das bestätigt auch Experte Andreas Wiesler. Ja, smarte Haushaltsgeräte sind oft schlecht geschützt. Immer wieder werden Schwachstellen bekannt. Mit diesen ist es dann möglich, auf das private Netzwerk zuzugreifen und vielleicht auch auf meinen PC, meinen Mac oder mein Tablet zu gelangen. Andreas Wiesler ist Computerspezialist und berät als Inhaber der Firma GoSecurity Firmen und Privatkunden zum Thema Computersicherheit. Er weiß, dass die Apps, die man für smarte Haushaltsgadgets benötigt, jede Menge Daten von uns haben wollen. Doch ist das Essen in unserem Kühlschrank tatsächlich so spannend für Cyberkriminelle? Den Hackern ist es egal, wie viele Eier noch im Kühlschrank sind. Jedoch ist oft auch irgendwo eine Kreditkarte hinterlegt und mit dieser kann der Hacker auf Einkaufstour gehen. Beliebt ist auch, diese Geräte zu missbrauchen, um vielleicht andere Firmen, Server anzugreifen. Um das zu verhindern, hat der Experte wichtige Ratschläge für die ersten Schritte, bevor man so einen smarten Haushaltshelfer vernetzt. Zuerst sollte geprüft werden, ob bereits eine Aktualisierung vorhanden ist und diese unbedingt gleich einspielen. Idealerweise werden solche Geräte auch in ein eigenes Wireless LAN eingebunden, damit so überhaupt keine Verbindung auf meine PCs, Tablets, iPhones usw. möglich ist. Die Hersteller sagen, sie brauchen die Daten, um das Produkt zu verbessern. Aber sie erfahren ja jede Menge Dinge über uns. Einen Preis, den wir zahlen müssen, meint Andreas Wiesler. Vermutlich sind einzelne Daten gar nicht mal so heikel. Gefällig wird es, wenn Daten ausgewertet, kombiniert und vielleicht sogar verkauft werden. Plötzlich werden wir irgendwo negativ eingestuft, zum Beispiel bei einer Krankenkasse, und müssen mehr Prämien bezahlen. Dass wir zu leichtsinnig mit unseren Daten umgehen, sei ein generelles Problem, so der Computerspezialist. Vielen ist gar nicht bewusst, wie vernetzt alles ist. Eine klassische Zeitung zum Beispiel hat in der Regel über 40 weitere Dienste eingebunden. Und so merke ich gar nicht, wer alles etwas über mich speichert. Und diese Daten werden ausgewertet, und irgendjemand weiss dann, was mir gefällt oder was mir nicht gefällt. Damit wir uns vor Hackerangriffen besser schützen können, hat Computerexperte Andreas Wiesler ein paar Tipps, auf was wir beim Preisgeben von Daten achten sollten. So wenig wie möglich, so viel wie nötig, ist auch hier gültig. Nicht jede App einfach ausprobieren, weil sie gratis ist. Ganz wichtig, Geräte immer aktualisieren, sobald ein Update da ist. Und nicht alles anklicken, auch wenn der Reiz noch so gross ist. Ja. Ja. Und nicht alles anklicken. Alles anklicken. certified einspits realized. Vielen Dank.